Hallo, ich sage guten Morgen, heute am 28. Oktober 2017, es ist kurz vor 9, ja und wir haben 27 Grad, wir haben leichten Wind, wir haben auch Wellen, wir haben aber auch keine Sonne, das ist bei Wellen zugezogen, ja und wir haben eine Attraktion, es gibt hier einen Campingplatz, hier an den Dünen von Maspalumas. Ein Wildcamper, wenn man so möchte. So, ja, wir haben immer noch Kalima. So sieht es hier aus, wenn Sie gerne mal hier leben möchten, Mieten kaufen, www.check7x24.com. So, ja. So, jetzt ein Mal. So, ich gerede, ich will, dass die nächste Stable ab, so sehe ich mal hier und ich möchte. So, ich bin jetzt noch mal hier. So und mit diesen Bildern verabschieden wir uns wieder und sagen was da man Jana.